einen wunderschönen guten morgen mittag oder abend zu days gone ich bin euer dante und zusammen zocken wir eine runde so niki mein bester ist auch schon da wie geht es dir wie war dein tag und hast du hausaufgaben schon fertig du mein schatz ist auch schon im chat ist sehr schön sitzt auch neben mir ja ist sie wenn sie es liegt dann muss es sein weil sie hätte auch den kopf schütteln können jetzt wollen wir mal hoi 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 haben wir ja hier noch diese drei missions und diese ganzen horden und copeland legen gründen sich mal copeland camp auf den festen glauben diese mission nahe copeland camp wurde angegriffen kehre zu copeland camp zurück wenn ich dorthin reise dann meldet sich bestimmt noch takau oder was nehmen wir mal diese mission dann nix als scherer rein hier alle hier echt keine ahnung mal rein da geht die reise flott dahin geschwind und schnell blitze sind albino schwärmer er kann sie ja das habe ich mitgekriegt der schnitzler muss dann mehrfach zuschlagen freut mich zu hören die geht so als hausaufgaben fertig ich muss mich raten du hattest erst werbung deswegen dass meine frage nicht hier doch hier noch alles takko aus los rein mit ihnen was ist passiert du hast frei wie du das denn wir müssen sie mit einem abend alisea grüße dich wie geht's dir in bimto du hast man ihn da rausgeschickt ich leite nur das camp deak ich sage es ist doch nur manny heiß auf manny der hat das bike auseinandergenommen ach sind die jetzt schon bei dir wo ist die schnitzende sehr schön alisea hat mich sehr schön danke danke für sie ausrichten alisea bremse bremse bekehrt ist die da rüber fallen ach komm echt nicht wahr na also ist der blöde wolf auch noch auf mich zugelaufen ja mein fleisch danke für das fleisch war ein suizid wolf ey ja fahr doch über den gleiche Bruder ist ja schon tot alles klar wieso muss ich mini retten mini hat mein bike auseinandergenommen doch scheiße wieso muss ich mini retten das ist eine eine karre oh mann ey ist die schrottig ich hab sein bike gefunden mal sehen ob ich ihn von hier aus aufspüren kann meine männer sagen am sandiam war ein hinterhalt ja das habe ich auch schon ich hab mir ein neues bike gebaut muss mir mein altes nicht mehr zusammensetzen hey gucke da wotar bin sie denn da lass mich raten und die viecher leben noch ich wollte wissen was passiert ich glaub der war hungrig hier wurde ein stück hals rausgebissen naja wenn es weiter nichts ist ist ja nur ein bisschen was vom hals hier gerade ist das immer vielleicht ein paar Blästerchen herstellen kann ich gar nicht herstellen achso dafür brauchen wir einen crown naja Aschloch da hinten war es das ey das funktioniert jetzt noch nicht mal also mann ich hab mal keine vorsorge hüp jetzt hat mich der Asch nicht angegriffen hüp hüp vielleicht war es doch Wutziehung die Katten vorher zu erschießen schon mal so was kann man die hüpfen 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 Autsch! Wir hätten hier eine Falle hingestellt. Könnte ich jetzt mal bitte ins Menü? Bellenlenker, Annäherungsbombe. Nee, die ist ja nur wieder ein Aktobombe. Die war das nicht. Du Sniper! Zeig was du kannst! Du bist so ein Lappen als Sniper. Hätte man schon fünfmal drauf schießen können. Geht doch! Die lebt immer noch! Guck mal, wo tötet man? So macht man es richtig. Ich bin ja beim letzten. Wer ist so viel verballert. Wer ist das jetzt? Wer ist jemand? Was? Hier stimmt doch was. Das waren alle. Himmel. Der Gebüsch ist zu dicht. Ich sehe nichts. Der versteckt sich im Gebüsch. Zu viel Gestrüpp. Ich sehe nichts. Such weiter. Mach' nur Komplik. bankuch. Dankeschön. 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 dann mal so schön. Wir wollen weglaufen. Das funktioniert nicht. Oh Mann, ich glaub Manny ist voller Marsch. Überall Blut. Hey. Hm. Ich weiß, dass die Arschweige auch immer gerne in den Bach versteckt. Damit euch schließen oder so. Irgendwie eure KI da nicht so intelligent ist. Oh Mist, was ist denn da wo? Ja, Scheiße! Wer treffiert denn den da hinten? Ich hab höher und jetzt tiefer geht's hier. Aber irgendwie... Witze getroffen. Ja, ja, alle guten Dinge sind drei. Oh, da kommt schon der erste Angeloche. Na komm, du willst dich doch bestimmt da hinten drücken stellen, oder? Da seid ihr jetzt solche Lappen, dass ihr das doch nicht macht. Guck mal, hinter dir dein Kamerad ist umgebracht worden. Oh, zu spüren. Viel Spaß beim Duschen. Da spricht doch einer rum. Ich bin nicht so dicht ans Feuer, das könnte tödlich enden. Wenn du... Nein, nicht das Ding. Ah, Mist, ich hab kein Holz mehr. Schiff. Schiff. Ich hab auch nichts zu Holz gerade. Was war denn das? Es war definitiv nicht der Weihnachtsmarkt. Nein, du bist tot! Kurz nach unten. Ich komm zu schnell! Du seid so scheiße. Ihr seid so scheiße. ich bin nicht alleine da wird es nicht außer schlöcher die zur seite aber doch mal kurz und schmerzlos hey manny wo bist du ein redner ist ich bin nicht wachs aber der wollte sich mit ihm paaren wer außer dir weiß nicht schon wie man einen Vergaser baut ach nö mehr wie kuschelbär komm schon komm schon lauf zur mami sollte nicht so die große fresse haben der ist hier oben so ne mami beschützen dabei na los jachs hier da wie Nummer auf Nummer sicher geht mehr du Mottenverzauend Studdel du schaffst es du schaffst es Benni schnauze halten er kann ich dich glaub ich gar nicht raus bringen du musst ihn vorher töten aber ist eh ein komischer Bär du nimmst du nimmst Wer غabs du hast du bist dein Tod kommt zurück du wie du Was ist hier hinten? Häusenscheißer, wo bist du? Vielleicht ist es gerade wieder verpackt fest? Ich hab da in die Wichtung gelaufen. Wie ist das Hasser? Desmikratieren haben sie bei den Wölfen übertrieben oder? Bei den anderen wieder so schlecht gemacht. Irgendwie so schicke Fallen, dass ich ihn festsetzen könnte. Hey Bärchen! Mal hin! Ja komm! Frau dich! Frau dich! Meine Mama war ein Kolibri. Dein Papa hat dich nie geliebt. Komm her! Ja. Ich bin jetzt schon wieder hin. Ich habe nur Angst, dass er gleich hinter mir ist. Wie der andere Bär. Ey, Kollege, nicht ausruhen. Ein Bär ist hier. Ja, ich weiß, dass ich mich nicht beschützen muss, aber dafür muss dieser verkackte Bär zu mir kommen. Wie sind die hin? Viel Armonik genippelt oder was? What the fuck? Dieser scheiß Pärchen. Ist er noch da oben oder nicht? Wenn hier ist es sicher, wir können. Wieso kriegt doch mal zu viel? Oh, eine Spätagrandade. Ich bin da von mir. Ich bin da von mir. Die Seite ist komplett scheiße. Wo ist das denn verkackte Bär hin? Ich weiß nur nicht, was passiert, wenn ich zu weit rauslaufe. Ob die Mission gescheitert ist dann. Ich will den verkackten Bär suchen. Ja, Missionsgebiet verlassen ist mir egal. Will dieser scheiß Bär nicht ankommen? Ich will den Rager. Oh, da kommt er. mann der kann doch mal so hoch springen renn du Arsch renn abhalten ist schon was tolles war ich hab noch nicht mal mehr einen normalen Olli jetzt haut ihr da hinten wieder ab soll ich ihn dann drum bringen komm ich sowohl zurück komm ich sowohl zurück du Warte, mich selbst anlassen. Ich könnte tödlichen. Machen wir jetzt hier Ringelpilz mit anpassen oder was? Böser Bär! Nicht knudeln! Autsch! Traum! Äh! Wiegen! Hoch da! Wird ich jetzt laufen? Äh! Boah, ich hab bestimmt ja, ich hab da kein Money. Nur noch die Wichste hier. Bösse! Brennflossen, Brenn! Wuh! Au! Alter, der kann ja schneller laufen als ich. Äh! Ah! Ah, tat's weh! Das Messer wollte ich behalten! Ach, du lebst ja immer noch! Boah! Boah, egal, was ist denn das für ein Bär! Hild! ich bin das den ganzen tag machen und hab wasser kannst du doch da in den fetten schalterhaufen reinlaufen habe ich auch nichts dagegen knipp war mal versucht wer ja hihihi boah, kann man nicht in recht das könnte man nicht nehmen und erschlagen hart und gerecht ich bin noch kleiner Mistling wird sich hier nicht mit mir geparkt hrrr das ist kein Mann oh scheiße okay das war's ich war zu lange im Camp du was hab ich noch nie gesehen ja okay dann lass uns jetzt wenn wir verschwinden helft da lass ich mich dich lange bitten cemetery das war's die 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 der oder das war's ja ich kann , jetzt employees Twelve m ich weiß nicht ich habe ewig nichts besorgt ich dachte vielleicht ich weiß nicht dass nichts mehr auf toilette besorgen das können eine menge arschlöcher hier aber bikes reparieren das können nicht viel ja ja das kobe auch gesagt ja ausnahmsweise gebe ich dann was dort man recht also was meinst du warum muss das so sein wie denn so dass ich hier draußen alle gegenseitig umbringen und mit denen die auf bewährung draußen waren sind es fast 7 millionen kommst du jetzt klar ja ja das war's gut man ich wäre jetzt tot wenn du nicht als ich bedeckt halte ich bedeckt sie geben die essen jetzt müssen sie eigentlich ich würde mich auch wundern ich hoffe die alte ist tot proxy falls heute was sagte er mit 1 oder nochmal dann gegen die die andere angriff ich doch eigentlich hierhin warten wir auch hin wer vermeintlich immer noch wartenmelodie hören will kann sich die selber vorstellen ich habe ihn ich habe ihn männer da sind wie viele waffen und so weiter nein wohl eher nicht wenn man da ist dann sag ihm er soll im camp bleiben sind schon ein ende das ist gut das ist gut das letzte match hat mich gepostet Was ist denn da? Das ist auch ein Silbertablet, ey. Oh, du Scheiße. Einen Benzingenister habe ich bis jetzt hier. Wieso? Ich hab da eigentlich schon mal. Hm. Ich hab was keinen Benzingenister hinterher. Ich hab was hier. Ich hab was hier. Ein Benzin. Hey. Fremdloch. Hab ja noch ein bisschen drin. Ah, warte mal. Es zählt an Holz. Ach. 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 Da kloppen sich Wölfe. Mit'n Bär? Oh, Mann. Die armen Wölfe. Das ist nun mal da unbehelligt. Ja, das ist nun mal ein. Ach. Tankt! Plünderat! Hu! so muss ich dich ja gerade bewegen hier gerade am nachladen bei betsy was soll denn das sind ja da waren noch welche aber wieder eine menge aus hier oh mutantenwolf oder normaler wolf nein wölfchen du bist ein normaler mann der arme wolf ouch ich wollte gerade zuschlagen dein trug drückt näher wer sieht das hier eine tankstelle in der nähe nein hatte ich da nicht in der ecke hier hatte ich keine tankstelle nur dort und zu tankstellen kann ich nicht porten so dann haben wir das hier leer gemacht verdagte milizie habt ihr nun davon da wollte mir das wölfchen helfen und dann passiert wohl was das 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 auch nicht das 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 wir pisst ihr in eure karre rein warum funktionieren die da noch ich hab eure einführenden umgebracht die miete tatte ist die miete tatte ist tot gut Woher gibt es denn alle Menschen zu killen? Das ist ja fürchterlich.